In einer Situation wie dieser werden die Leute in Filmen immer von Wehrwölfen oder Zombies gefressen oder von UFOs entführen. Das schaffen wir doch nie. Die Räder stecken komplett im Schlamm. Wie sollen wir denn hier heraus? Das geht doch gar nicht. Halt die Klappe und schieb einfach. Die haben Bestohlen. Katz, die werden uns umbringen.